Herzlich Willkommen zum DVD-Lernkurs Hands-On Wavelab 7. Nach dem Start präsentiert sich Wavelab Ihnen mit einem Fenster, das diesem hier in etwa ähneln sollte. Sie sehen eine Fülle von Fenstern, Menüs, Knöpfen, Leisten und so weiter, die fast schon einschüchternd wirkt. Darum wollen wir zunächst einen leeren Arbeitsbereich öffnen und uns dann Schritt für Schritt vortasten. Dazu gehen Sie auf diese zentrale Umschalterleiste und klicken mit der rechten Maustaste auf das Wellensymbol. Leeren Arbeitsbereich öffnen. Aus der Liste von Presets wählen wir das leere Layout. Okay. Und schon schaut das Ganze deutlich aufgeräumter aus. Unter Wavelab 6 war es noch relativ kompliziert, mehrere Fenster zu verwalten. Wavelab 7 bietet Ihnen eine neue Möglichkeit namens Registerkarten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich öffne dazu einen neuen Arbeitsbereich. Wie gehabt. Und Sie sehen hier in der Ecke sind drei Symbole. Mit diesen können Sie den Arbeitsbereich entweder vertikal teilen oder horizontal teilen. Das können Sie beliebig fortführen und sich so relativ schnell ein komplexes Layout zusammenklicken. In jeden dieser Bereiche können Sie dann Wellenformen einladen. Das sind jetzt natürlich sehr viele. Ich klicke darum mal wieder was weg und behalte mal nur zwei übrig. Jetzt kann ich besser sehen und modifiziere meine Kante ein bisschen zum Beispiel genau zu diesem Anfang dieser Welle. Um wieder die Gesamtansicht zu haben, nutze ich jetzt die Tastaturkombination, Befehl bzw. Steuerung und Pfeil nach unten. Wir haben in einem der vorherigen Abschnitte gesehen, wie Sie ganz schnell aus einer Datei einen Bereich markieren und daraus eine neue Datei erstellen können. Ich zeige Ihnen das nochmal schnell. Markieren und dann mit der Maus einfach auf eine leere Stelle hier in der Reiterzeile ziehen und loslassen. Ich lösche das wieder weg. Auf die gleiche Weise können Sie auch einen Bereich in eine andere Datei ziehen. Nachdem wir nun gesehen haben, wie wir ein Monosignal aus einer Stereo-Datei entfernen können, möchte ich noch eine praktische Anwendung dafür demonstrieren. Denn beim letzten Mal blieb ja nur das Rauschen übrig und normalerweise möchten wir ja lieber das Nutzsignal haben. Ich habe dazu eine Musikdatei hier geöffnet, die wir schon vorher verwendet haben. Und am Ende hier ist ein Gesangspart, ein Sprechgesangspart in Mono. Der klingt so. Ich spiele das mal an. Und den möchte ich nun entfernen. Und ich mache das so wie eben. Ich wähle die gesamte Datei mit Command beziehungsweise Steuerung A. Es wurden die zwei Mark erzeugt, Anfang und Ende. Und nun können wir uns den Loop Tweaker aufrufen. Das machen wir entweder über das Menü, Audio Bearbeitung, Loop Tweaker oder praktischerweise über das Tastaturkürzel L. Es öffnet sich nun dieses Dialogfenster, mit dem wir unseren Loop sehr genau bearbeiten können. Am augenfälligsten ist in der Mitte hier das Fenster mit der Wellenform Darstellung. Das schauen wir uns als erstes an. Es wird nicht die gesamte Wellenform gezeigt, sondern nur das Ende und der Anfang der Wellenform, die wir mit den Loop Markern markiert haben. Das Loop Ende ist hier in der linken Seite zu sehen und der Loop Anfang am Ende. Diese Aufteilung ist sinnvoll, da wir genau hier die Schnittstelle sehen können, den Übergang der Wellenform vom Loop Ende zum Loop Anfang. von